hallo und herzlich willkommen zurück zu fallout 3. wir looten nur ein bisschen diese station leer und wir geben uns dann gleich auf den rückweg. alter 19 schrotpatronen, sehr gut. alles klar nix drin, schade, kein kasten, also medizin kasten. okay nix drin. so hier ist der raum wieder, aber wir sind ja eben da rausgegangen, deswegen haben wir hier nicht gelootet. ja clipboard habe ich jetzt mitgeholt. ist nix drin. zack, okay, hier waren wir. hier sind noch ein aktenschränkchen. mal gucken. irgendjemand ist gerade draußen und macht irgendwelche lustigen gartenarbeiten. ich höre es von draußen. alter, wie laut es ist. ich hoffe, man hört es nicht. ich habe das fenster aber zu, glaube ich. ah, der steht extra vor meinem fenster und macht gerade extra lärm. alles klar. natürlich. ja, 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 ja. ich sehe das. ich kann nicht mal genau da draußen gucken. und sehe einfach nur, wie... ja. das sieht interessant aus. hey, wait. haben wir die 2? ach so. ah, okay, wir haben den bereich abgeschlossen. na, ciao. bitte, weiter gehen. ja, ja, ja. ich gehe weiter. so, wir haben... unten noch einen gegner. ich glaube, da in der mitte gehe ich nicht looten. da ist das wahrscheinlich nix sein. aber die nuka-cola-säber hole ich noch mit. jetzt habe ich die kaffeetasse mit geholt, aber egal. der hat ein... der hat ein Schwert. gib mir das. damit kann ich mein... mein schwert reparieren. das ist so ein chinesisches schwert, müsste das sein. yo. chinesisches offizierschwert. mein bleibrohr kann ich nicht mehr reparieren. 7. geil, kann ich das mit meiner vampir klinge? reparieren. das ist ja geil. das ist äh... das ist äh... schon äh... ja. kann man schon... kann man schon machen. das ist schon... das ist schon nice. äh... wir waren in der richtung, aber waren wir auch in der richtung? boah, das weiß ich jetzt nicht. ich werde es erkennen an dem... nuka-cola-automaten. er ist leer, also war ich hier nicht. ich... ich loote eigentlich immer nuka-cola. nuka-cola muss immer mit dabei sein. metro-ticket entfernt? what the fuck? alles klar, metro-ticket entfernt. ich weiß noch nicht warum, aber ist mir egal. toll. und hier kommt man nochmal raus. das heißt, wir gehen da jetzt auch nochmal raus, um zu gucken, ob wir noch einen Ort kriegen. nacht-cola-cola-automaten. und hier kommt man das noch zu gucken, ob ich hier noch mal rauskriege. tschüss. tschüss. ist mir egal, ich will nur die metro fertig kriegen. ja, es ist mir egal, warum hat der mich nochmal gescannt, der scheiß Robo? er hat mir jetzt zwei Tickets abgezogen, alter, wenn die mir das mit irgendwann bei der Bahn oder so machen würden? Deutsche Bahn. Alter, da würde ich hier aber zusammenscheißen. Oh ja. So, hier waren wir gerade und haben den Typen weggehauen. Gehen jetzt kurz hier hin, um zu gucken, was hier noch so ist. Alter, noch ein Metro-Ticket entfernt. Ich hau den gleich kaputt, den scheiß Robo. Hier geht's nicht weiter. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben oben fertig. Wir haben oben zwei Orte entdeckt, die mit dieser Metro verbunden sind. Das ist die Anacostia Station, ne? Das müsste die sein. So, da hinten ist nichts mehr. Das heißt, wir können zurückgehen. Wir sind fertig. Ich weiß jetzt nur nicht, was hier noch ist. Das ist nichts. Sehr gut. Auf zum Rückweg. Yeah, 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 yeah. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. La, 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 la. Okay. Äh, wo ging's denn jetzt, äh, zurück? Hier hinten, ne? Da. Sehr gut. Sehr gut. Und tschüss. Ich schreib mir das mal auf. Anacostia ist auch clear. Anacostia Station ist clear. Wuhu. Ich schreib mir das einfach nur auf, damit ich das ein bisschen behalte. Okay. So. 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 Hier haben wir alles gelootet, ne? Ja. Hier ist aber auch sonst nichts mehr. Ja, oben. Oben geht's, glaube ich, weiter. Da müssen wir hin. So, und ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, denn ich weiß jetzt nicht, waren wir hier oben hinten schon? Also an der Seite? Das ist ein zweiter Exit, steht da. Aber es kann auch sein, dass der verschüttet ist. Schöne Geräusche, die du da machst. Jetzt habe ich dieses scheiß Outfit mitgenommen. Hier ist nix mehr. Klo ist nix mehr drin. Alles klar. Wir müssen jetzt nur noch diesen Raider weghauen. Cool, hier sind die Mentats. Warum hat er sich nicht die Mentats? Warum saßt ihr hier bei den Frauen auf der... What the fuck? Vielleicht erwartet uns hier noch eine Überraschung. Oh ja, tatsächlich. War das die chinesische Armee? Ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur auf das Rote geguckt. Alter. Ich greife in die Toilette, um meine Cherry Bomb zu holen. Du wolltest doch wegrennen. Gut, dass du es nicht getan hast. Kriege ich mehr, äh, Blut. So, die Promenade. Oh, wir müssen sogar hier raus. Ciao. Aber tatsächlich musste man da raus. Das ist nur ein anderer Weg. Gut, dass, äh, ja. Wir gehen aber auf die andere Seite. Ich glaube, das war eine South oder East oder North oder was auch immer Station. South... South-Nord Station. Ganz sicher. Ich bin mal gespannt... Mich würde echt interessieren, ob es irgendwo auf der Welt ein Schild gibt mit, äh, hier geht es nach South-Nord. Ah, würde ich feiern. Nein, wir haben zwei Kampflinden, die richtig geil sind. Äh, so, ich mache mal lokale Karte. Metro Central. Da sind wir hergekommen. Hier ging es nicht weiter und hier auch nicht. Ah ja, wir haben nur noch den Bereich zur Seite. Und hier war noch Anarchestia Chorus Stain. Die Promenade. Ja, auf die Promenade müssen wir tatsächlich drauf. Da befindet sich das Technische Museum. Das heißt, wir haben diese Station damit auch... Also die Metro Station zumindest, gecleart. Ah, wieder hacken. Nee, macht eher so. Ja, geil. Sensormodul gönne ich mir. Auf, out, Bier. Interessiert mich nicht. Ja, ich weiß, das Licht ist wieder aus. Aber wir sind ja eh gleich raus. Wie viel Muni wir kriegen. Geil. Die Promenade. So, Museum Station. Nein, warum gehe ich auf E? Mann, ich wollte nicht E. Ich wollte Tab drücken. So, Museum Station. Schreibe ich auch auf. Ist clear. Sehr schön. So, und wir sind halt da hinten rausgekommen. Oh, hi. Oh, hi. Oh, okay. I catch a grenade. I catch a grenade. Fucking Herr der Super Mutanten. Oh, mein Gott. Äh, ja. Wir sollten die Kampflinther nehmen. Das ist krass. Und wir sollten uns heilen unbedingt. Solange wir noch ruhiges, ruhige, ruhigen, ruhigen Ortes sind. Hint sich voll hochtrabend an, aber ist irgendwie voll scheiße. Keine Ahnung. Oh, zwei Nuka Colas. Ah, ja, der ist, ähm... Wie lustig wäre es... Hatten wir einen Stealth Boy? Wir haben keinen Stealth Boy. Schade. Wir haben keinen Stealth Boy, ne? Wir haben einen Stealth Boy. was muss ich hier mir an tun ja das war unsere dritte kampflinte scheiße das ist natürlich nicht so schön aber naja super hammer super scheiß haben wir gut daher der super mutanten willst mich verarschen warum ist jetzt einmal so ein fucking herr der super mutanten wo sind eure waffen ja natürlich und wo ich habe leider keine auf meinem shortcut natürlich mal wieder auf der guten alten zwei habe ich natürlich wieder keine die kampflinte ist auf der acht das ist aber auch schon wieder weg die ist auf der sieben damit haben wir alles so so ich habe guten platz so 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 wir sind jetzt kurz vor washington memorial wenn ich das so richtig im köpkis habe da ist noch eine fucking minigun ich würde sagen ich gehe erst mal zu dem typ da hinten das ist übrigens dieses riesige super mutantenlager ach du scheiße hallo wechsel nein ich wollte nicht ich glaube ich glaube ich weiß warum wir so viel loot bekommen habe ich weiß nicht wie ich darauf komme ich will meine kampflinte nicht nutzen für die minigun die minigun würde ich gleich nutzen wenn wir wir ähm ein bisschen besser auch ich weiß nicht soll ich den super haben ich sammle die dinger eh nicht scheiße scheiße auf den alter der 20 bringt mir nichts ein hier der bleiro kann auch weg okay so kann man noch was äh hier ameisenfleisch hunde maulwurf brett ja gut oh god was ne action wir gehen mal in den inneren zirkel hier gibt es nämlich manchmal so unterstände mit muni also wir haben ja echt viel 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 stuff schon bekommen ne eins also eins von den den gebäuden ist ein geschichtsmuseum das andere ist das andere ist das geschichtsmuseum und das andere das technische museum genau geschichtsmuseum und technisches museum die müssen hier sein zu diesem ort da hinten glaube ich kann man nicht dass das white house das ist dieser ultra hoch verstrahlte bereich äh da da ach du seht ihr was ich sehe ich sehe ein raketenwerfer ich sehe ne minigun ich sehe ne zweite minigun tschüss tschau tschau tschüss 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 keine lust es gibt oberhalb quasi nichts das müsste das technische museum sein und da müsste irgendwo das geschichtsmuseum sein dahinten gehe ich jetzt auf jeden fall nicht hin höchstens wenn wir zuerst zur anderen seite gehen und da die minigun uns snacken dann die minigun miteinander reparieren dann hätten wir wenigstens ach kommst du nicht da hoch komm schon aus diesen versenkungen raus zu kommen ist immer auch nervig vielleicht geht es hier hier geht es die armen super mutanten es waren mal normale menschen das ist auch so krass ne es waren mal normale menschen die einfach nur durch diese radioaktivität mutiert sind da ist das geschichtsmuseum ich glaube das erkennt man auch gut ne ah ne das nationalarchiv ah so hieß das und hier gibt es nämlich noch ne metro ihr seht diese metro schilder oh fucking shit schon wieder oh nein warum hat der nur ein nagelbrett ah scheiße ich dachte der hat noch was anderes doch ich bin aber immer noch immer wieder erstaunt wie viele schüsse in den kopf man aushalten kann so ich wollte eigentlich nur zu dieser metro station ich kann es gar nicht abwachen welche metro station es ist ranger notfallfrequenz uuuh die probenade nordost ich wette also hier in der umgebung gibt es auch nichts da ist noch ein hintereingang wahrscheinlich vom nationalarchiv ich wette das ist einer der stations wo wir ah ne metro pen avenue alles klar kenn ich nicht es ist keine der stations die ich dachte hier in escosia crossing haben wir abgeschlossen museum haben wir abgeschlossen dupont haben wir abgeschlossen friendship haben wir glaube ich nicht ne ne friendship haben wir wohl die foggy haben wir gemacht metro central haben wir gemacht und wir haben die äh wie heißt die da gibt es noch einige auf jeden fall also es gibt noch unendlich viele von diesen scheiß dingern wir haben gerade mal einen kleinen teil geschafft ja und dieser ort den man unten auf dem kompass sieht das ist halt wahrscheinlich das ja wo die super mutanten stehen deswegen da gehen wir nicht hin das ist auch ein ultra hoch verstrahltes selbst wenn man nur an dem zaun steht glaube ich ist das ultra verstrahlt so ins nationalarchiv gehen wir natürlich nicht das ist nur eine eigene quest die können wir später machen technisches museum gehen wir aktuell auch noch nicht oh sieht echt crazy aus ne das washington memorial das hat natürlich auch einen eigenen ortsnamen so und hier oh schade ich dachte hier geht es rein ich habe gerade wirklich gedacht so oh hier geht es rein aber sonst sehe ich hier gerade nichts und da hinten seht ihr den ort den wir entdeckt hatten das war der andere ausgang wo wir waren so ich will jetzt aber nicht zu weit weg gehen weil wir haben ja hier den bereich gecleared da sind wir rausgekommen haben den ganzen bereich gemacht ich glaube nicht dass da unten ah es könnte noch sein dass hier unten ja ja hallöchen Zum Bunker, alles klar Das schreibe ich mir aber auch auf Wo sind wir hier ungefähr? Ja, ich schreibe einfach Technisches Museum Und dann schreibe ich da Irgendwo Mittig ist ein Bunker Dann haben wir das vermerkt Und hier gibt es auch geilen Scheiß drin Ich habe es zu spät gesehen Weil vor allem, ich bin ja hier nicht die Treppe runter gegangen Ich bin ja So, so irgendwie runter gegangen Und bin an dem Stacheldraht vorbei Und habe den nicht gesehen Hab den dadurch natürlich nicht Auch nicht aufgepasst Weil ich dachte so, oh ja, ich bin ja eh da runter gekommen Sollte man besser aufpassen Vielleicht So, hier runter springe ich nicht Da sehe ich nichts Da hinten in dem Bunker Dings waren wir Das heißt, wir haben das abgeschlossen Haben wir da oben Das da gelootet? Ich glaube nicht Da sind nämlich bestimmt noch Munitionskisten Da sind bestimmt noch Munikisten Das sind keine Munikisten Warum? Ich will Munikisten, 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 Munikisten Memorial Voll heftig Richtig geil aus So, hier geht es runter Da gibt es schon einen Tisch Und hier gibt es noch einen Bunkereingang Alles klar Keine Munikisten Nö Das heißt, wir können einfach weiter gehen Weil hier sind bestimmt noch Gegner Ich habe hier einen noch mit einer Minigun gesehen Mit Minigun Ich habe einen mit einer Minigun gesehen Ich habe safe einen mit einer Minigun gesehen Äh, hier liegt eine Leiche Und die gekillt? Aber nicht von mir Das sieht so aus, als ob hier jeden Moment Einen super Mutanten BMOV rauskommen würde Immerhin zwei Splittergranaten Ja, hier ist, äh, nix Weil Oh cool, der wurde klettern Oh, oder der wurde abgeschossen Oder er wurde an diesem Fall gespießt Oh, ich glaube, die wurden gekillt, tatsächlich Weil Ist sie da hinten Diese fette Barrikade Da denke ich mir schon so Äh Ja, das sieht sehr safe aus Hinter der Barrikade Vielleicht gab es da einen kleinen Abwehrmechanismus Ich sollte speichern Wo ich jetzt hier einfach rumlaufe Alter, wie fett Vom Weiten sah das echt cool aus Aber wenn man hier so Nah dran steht Ähm Dann sieht das schon Oh, geil Ja Da haben wir einfach mal Levels überreicht Ich würde sagen Dietrich 75 Damit ist das schon mal safe Das heißt, wir können Schwere Schlösser öffnen Jetzt wäre noch sowas gut wie Wissenschaft Das muss auch langsam hochkommen Schleichen Finde ich auch wichtig Kleine Waffen Reparieren wäre noch nice Sprengstoff habe ich keine Lust Falschen lasse ich erstmal 50 Ähm Sprache So Das sieht schon geil aus Ja Wir haben ja gesagt Was wir holen Den holen wir ja nicht Den schnellen Stoffwechsel Ich versuche mal drauf zu verzichten Aber das war es auch schon Ah ja Heckenschütze brauchen wir Bewegung Ja Ich muss Ich gucke mal gerade mit dem Handy was nach Ja Ich gucke mal irgendwo nach Ob man Irgendwann die Möglichkeit hat Nochmal Bewegung Als Upgrade Oder so zu bekommen Ich gucke das mal gerade nach Ich gucke mal einfach Fallout 3 3 Bewegung Bewegung Erhöhen So Jetzt geht auf New Vegas Alter ich fuck you Google manchmal Alter ich hasse es Fallout 3 Nicht New Vegas Bewegung Beweglichkeit Beweglichkeit Erhöhen So Ähm 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 Wackelpuppeln Ja Ja Hmm. Hm. 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 Ich gebe mal was anderes ein. Später Special erhöhen. Hm, ne. Möglichkeit, Special-Punkte nachträglich zu ändern. Oh Gott, es gibt Leute, die haben ihr Charisma auf 1 gesetzt. Alles klar. Ich finde, Charisma auf 6 ist schon geil. Ich will nur wissen, ob man später noch ein Upgrade bekommt. Aber ja, man kann die Fallout 3 Beweglichkeitspuppe ja finden. Wackelpuppe-Beweglichkeit, genau. Die wäre interessant, wenn wir die mal suchen würden. Dann könnten wir nämlich... Okay, wait. Endlagerstätte Grineer Pastures liegt... Oh, sehr weit da oben. Okay, ich weiß, wo das ist. Wir haben gerade nur den Ort entdeckt und dadurch das hier das Level abbekommen. Das heißt, ich könnte jetzt nicht neu laden und sagen, hey, bla 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 und so, ne. Und lad dann neu. Gehe jetzt dann extra bis zu dieser Beweglichkeitspunkt, damit wir jetzt auf Level 12 den... äh... den Heckenschützen holen könnten. Weil das bringt mir nichts. Weil wenn ich den Ort ja entdecke... Obwohl, ich bin ja im Kampf dann, ne. Boah, das müsste... Dann müsste das aber auch vom Timing her so perfekt passen. Wir können das probieren. Ich mach das mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Äh... Was holen wir denn? Ja, dann kann ich ja eigentlich schneller Stoff wechseln. Der Rest ist ja eh weg. Selbst Härte ist weg, ne. Härte ist auch weg. Ich dachte, man kann das öfters holen. Ne, das ist nur eins. Ach so. Okay, ja, dann ist ja geil. Ich dachte schon, man kann das achtmal machen oder so. Alles klar. Äh... Jo, was holen wir denn jetzt? Das auf gar keinen Fall. Strahlungsresistenz wäre auch interessant. Die Wetzpräzision, die hätte ich gerne ohne Wetz. Aber, äh... Also, ne. Das... Ich hätte das gerne normal einfach. Wir könnten auch Kind im Herzen holen für, ne. Um halt theoretisch Möglichkeit auf spezielle Waffen und Interaktionen zu bekommen. Wir könnten auch einfach intensives Training holen und, äh, ne. Aber ich glaube, ich holte halt die stehen hier. Weil, wenn... Ich schon hier... Der Rest interessiert mich halt gar nicht. Mich interessieren halt so Sachen, die wirklich worthy sind. Weißt du? Das ist nicht so worthy, weil es... Das ist... Passiert nicht so oft. Das passiert vielleicht vier, fünf Mal im gesamten Spiel, wo du diese Möglichkeit hast. und selbst wenn du dadurch eine legendäre Waffe oder so bekommst, die kannst du dann auch noch anderweitig trotzdem bekommen. Dieses Ding ist kein Zwang. Das ist halt der Unterschied. Ich könnte intensives Training machen, um trotzdem zum Beispiel Ausdauer zu erhöhen. Aber, das nutzt mir halt nichts. Das habe ich früher immer gemacht. Ich habe früher habe ich stärker auf zehn gepusht. Aber das ist halt scheiße, weil du hier alles auf neun bekommst. Und du hast halt nur die Möglichkeit zwischen atomare Anomalie oder dem fast perfekt auf Level 30. Das sind die einzigen, die es auf Level 30 gibt. Und wenn ich die habe, dann die werde ich sowieso holen, weil das ist Schmutz. Ne. Also das ist schon das Geilste. Und da brauche ich halt die Stats nicht aktuell von dem. Also deshalb würde ich sagen, schneller Stoffwechsel ist das oder strahlungsresistent. Das ist halt auch interessant für Erkundung. Es gibt manche auch, wo du halt echt nicht hin kannst. Ich nehme das jetzt. So. Und dann ja, das ist übrigens mein Funnel dann auch. Dann machen wir es so, ich speichere das. So. Aber nicht den Quick Save. Den Quick Save speichere ich nicht, sondern den lade ich neu. Und dann haben wir den Ort noch nicht entdeckt. Und wir probieren das dann irgendwie zu diesem Beweglichkeitsding hinzukommen. Und wenn wir das schaffen, dann hole ich den Heckenschützen. Dann auf jeden Fall. Ich weiß, es ist zwar scheiße, dann die Beweglichkeitspuppe schon verschwendet zu haben, weil man kann ja alle Stats dann theoretisch auf 10 bringen. Durch, ähm, wenn man dieses fast Perfekte-Ding hat, kann man ja die Wackelpuppe finden und alles auf 10 bringen. Das geht. Aber wir probieren das mal vorher irgendwie. Und wenn es nicht klappt, dann hole ich einfach den schnellen Stoffwechsel. Ähm, stimmt, den habe ich ja gespeichert. Das ist eigentlich nicht gut, weil dann würde ich sagen, auf Level 12 holen wir nochmal intensives Training und holen Bewegung. Weil ich hätte dann trotzdem gerne die, äh, dann verschwenden wir halt diesen Bewegungspoint, aber ich hätte gerne diese Präzision für den Kopfschuss. So, jetzt aber genug gelabert, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020